Ah! Zuerst muss er sprengen. Hm, jetzt müsste man so einen verdammten Käfer finden. Ich habe das Gefühl, wir kommen in die Nähe. Ich habe das Gefühl, wir kommen in die Nähe. Das kann das sein. Ich habe das Gefühl, wir kommen in die Nähe. Schau, komm. Ich habe die Geräusche da drin. Ich weiss nie, ob der nächste etwas in dieser Gumpetei kommt. Schau, komm. Arschlöcher werden stachelig. Schau, komm. Wie ist das so verdammte... Jetzt stimmt der Fisch. Ein anderes Fail, Mann. Die sind da. Hast du fallen? Oh, ein Käfer. Hey, der stinkende Arschlöcher, komm runter. Ja, und wie soll das genau gehen? Ja, und wie soll das genau gehen? Tatsachlich, Mann. Was? Das ist sehr, sehr gut. Das ist der erste Versuch. Ich habe nicht gedacht, dass hier so viele Sachen rumliegen. Eigentlich haben wir jetzt nicht alle raus hier, oder? F**k! Unschwer! Nehmen wir hier noch mehr! Wir haben keine Schüsse mehr, super Ziel. Nein, 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 nein! Ui! Ui! Das andere ist knapp zu. So kommt eine blöde Kugel. Nicht da drüber runter, Mann! Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Ja, warte! Ich habe es nicht gewusst. Was ist das? So, Mann! Was ist das? Most Du. So! Mach dich sehr ruhig. Sie sind vielleicht dabei kein Ableiner, oder? Ne! Ich habe keine Ahnung mehr, wo die verdammte Uren... Ha, da unten... Geil... Irgendetwas läuft hier rum... Das sind diese, die klopfen... Oh, vielleicht einfach gleich den Zahnschlag automatisch auf... Irgendetwas... Geil... Geil... Nein... RPG... Nein... Jetzt sind wir wieder im Schleim Wasser... Ich habe irgendetwas im Hals... Ich muss schnell etwas trinken... So... Der hässliche Uren... Schleimige Uren... Weissgräuse Uren... Verdammte Uren... Wasserfall da... Das ist so hässlich da alles... Das ist so hässlich... Das ist so blöd... Ich glaube es einfach nicht... Nein... Oh, Mann... Oh, Mann... Egal... Egal... Kann passieren... Mal etwas daneben zu hüpfen... Und so... Es ist ja... Zum Glück das erste Mal... Und... Kein Problem... Wenn ihr wisst... Was ich meine... Ich glaube nicht... Dass wir hier runter müssen... Nicht... Nein... Wir müssen da rauf... Aber wie kommen wir da rauf... What the f... What the f... Was ist das hier? Hey... What the... Ah... Hey... Was ist das verarschen, Mann? Hey... Was ist das verarschen, Mann? Aha... Ist das echtes verstecktes Arschloch? Ja super... Ah... Ah... Mann... Kili kili... Kili kili... Ah doch... Ah doch... Mundhütten... Ah... Ah... Oh... Gott... Hey... So fein... Und doch... Ah... 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 Das ist doch noch eine Schefferei! What the f... Schau rein! Schau rein! Ja, echt! Woher ist er denn? Ah, da sind die da... Jetzt sind wir verdammt alleine... Nein! Ich wollte dich gerade verspucken! Okay! Das ist schon verdammt! Hässlich verdammt Aliens! Komm, Titten! Und die Hasselchen auch wieder! Kleiner Scheisser! So, bist du stinkender! Du wurdest abgetrieben! Schau mal! Du wurdest du zu! Wie geht es denn? Ich werde hier! Woher ist er! Also, ich werde hier! Oh, mein Gott! Ich sterbe dich, Schumprence! Oh! Oh, ich werde hier! Oh, ich werde hier! Jajaja Hm, ok Und jetzt Hey, jetzt werden sie noch verkotzen, die grusigen Uren Nein, das glaube ich auch nicht Fuck, 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 fuck Sehr schön Hey, die Käfer sind doch so geschissen Sie sind doch so geschissen, Mann Keine richtigen Gegner bringen, nur so kleine Uren Krabbelscheiss Die hat das alles ihrem Arschloch innen Inklusive Wandtitten Zeit für die Vorsorgeuntersuchung, Ladies Die Milchmacht Ah Oh Oh Aber ein bisschen Munition wäre schon mal geil So, komm jetzt bitte Zeit für eine Art an Schmerzen Ach Nein Hier hat sie einen Arschloch Ja, dasselbe Ich brauche einen Muni, Muni, Muni Gili Gili Ja, es wird schon Es wird immer schöner da drin Immer appetitlicher Macht es richtig Spass da zu sein Und jetzt gibt es noch so verdammte grüne Soppe Oh Oh, jetzt kommt die Königsschlampe Oh, oh, und ich habe zum Glück genau noch 10 Schüsse oder so Oh, das würde ja wieder etwas Oh Oh Schauen wir mal, ob wir hierher können Firititte klatschen Oh 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 Ah Pumpe habe ich ja wieder Hure Oh, wo kommen die Schüsse an? Hure Gili Gili Ja, willst du mich verarschen? Gehen wir Wirst du mich verarschen? Mann, ich hätte Das Haus hier im Arschloch hinten Das Haus hier im Arschloch hinten Ist das... Aber das ist nicht mehr eins vom Anfang, oder schon? Nein, ich nicht Welcher blöd Mann schliesst denn hier ab? Ja, echt Blöd aber auch Ab